Erzähl uns mal von deiner topgeheimen Mission. Morgen ist Muttertag und ich möchte Mama mit einem leckeren Frühstück überraschen. Oh, das ist ja so süß. Aber auch schwierig. Die Königin findet immer alles ganz schnell raus. Deswegen müssen wir es heute Nacht vorbereiten. Mit Quaggelmanns Hilfe. Quack! Und ich dachte, wieso machen wir aus unserer Mission nicht gleich eine Übernachtung? Oh, ach ich verstehe. Deswegen sollte Fergie seine Hasenschlappen mitbringen. Ergibt jetzt Sinn. Das finde ich gut. Wie lautet der Plan? So richtig weit bin ich noch nicht. Ich kann mich nicht für ein Gericht entscheiden. Naja, der Garten blüht doch vor lauter Ideen. Aus irgendetwas werden wir schon ein leckeres Frühstück zaubern. Süßkartoffel-Piegecken? Blumenkohl-Kreuzchen? Wilde Erdbeer-Joker? Es scheint nicht das Richtige zu sein. Ich rieche etwas. Es ist süß, es ist fruchtig, es ist... Was ist das? Das sind rosenrote Guaven, Mamas Lieblingsfrüchte. Das ist es! Bei meinem Überraschungsfrühstück dürfen Guaven nicht fehlen. Klasse Idee! Los, gehen wir sie pflücken! Quack! Prinzessin, eure Mutter nähert sich. Buenas tardes. Gute Nachmittag, Kinder. Erfreut ihr euch am Obstgarten? Hi, Mama! Auf jeden Fall! Ich wollte nur Hallo sagen. Ich gehe zum Kroketplatz. Die Flamingos wollen mir ein paar neue Schwinge zeigen. Äh, klingt lustig, eure Königlichkeit. Eure Majestät, ich würde sehr gern mit euch hüpfen. Puh, das war echt ein knappes Ding. Sie hätte beinahe alle Früchte entdeckt. Dann suchen wir mal das perfekte Guavenrezept für die Königin. Das königliche Kochbuch liefert uns sicher Ideen. Es gibt ein ganzes Kapitel über rosenrote Guaven. Die sind sehr beliebt in meiner Familie. Warte, guck mal hier. Herzförmiges Guavenplundergebäck. Das ist das Richtige! Mama, wird es gefallen! Hast du das schon mal gebacken, Alice? Noch nie. Aber der Schneebesen zeigt uns den Weg. Okay, dann fangen wir an, sobald Mama ins Bett geht. Ich wünsche eine gute Nacht. Küsschen, meine Röstchen. Besos. Nacht, Mama. Wir, äh, gehen auch ins Bettchen. Schaut Alice in der Wunderlandbäckerei im Disney Channel.